Lkw sind viel besser als ihr Ruf. Sie sind aus unserem täglichen Leben nicht wegzudenken. Der Lkw bringt, was wir täglich brauchen. Alle Güter werden irgendwann mit dem Lkw transportiert. Lebensmittel, Kleidung, Treibstoff, Möbel, Baustoffe, Pakete aller Art und letztlich auch unser Müll. Und das geht auch gar nicht anders. Die meisten Lkw-Transporte liegen unter 100 Kilometer. Entscheidet man sich als Konsument dafür, vermehrt zu lokalen und regionalen Produkten zu greifen, wird diese Strecke sogar noch kürzer. Transporter über größere Distanzen erfolgen meist per Bahn oder Schiff. Das ist kostengünstiger und umweltfreundlicher. Nur die jeweils ersten und letzten Kilometer der Reise eines Produkts finden auf der Straße statt. Daran führt kein Weg vorbei, wenn wir nicht auf die Vorteile unserer modernen Gesellschaft verzichten wollen. In den letzten Jahrzehnten haben es die Lkw-Hersteller geschafft, die Emissionen um mehr als 90 Prozent zu verringern und durch modernste Fahrzeugtechnologie einen enorm positiven ökologischen Beitrag zu leisten. Innerhalb der EU verursachen Lkw überhaupt nur rund sieben Prozent der gesamten CO2-Emissionen. Lkw schaffen auch sichere Arbeitsplätze. Denn Berufskraftfahrer werden immer gebraucht. Berufslenker sind Profis. Sie sind die Piloten der Landstrasse. Bestens ausgebildet für ihre anspruchsvolle, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit. Sie haben gute Verdienstmöglichkeiten, Zukunftsperspektive und Aufstiegsmöglichkeiten in der gesamten Logistikkette. Lkw gehören dank neuester Technologien und einer Vielzahl von Assistenzsystemen wie Kameras und Abbiegeassistenten zu den sichersten Fahrzeugen im Straßenverkehr. In nur rund vier Prozent der Unfälle im Straßenverkehr ist ein Lkw beteiligt. Die Einnahmen der ASFINAG stammen zu 70 Prozent aus der Lkw-Maut und die zahlt jeder Lkw für jeden gefahrenen Kilometer auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Bei genauerem Hinsehen wird also aus dem Lkw ein guter Freund, der uns das tägliche Leben nicht nur erleichtert, sondern überhaupt erst ermöglicht. Sie sind für uns unterwegs. Unsere Friends on the Road.